Wir haben uns schon soweit vorbereitet, dass wir hier ein neues Spiel starten. Das wird im Koop gespielt und dann bin ich mal gespannt. Los geht's. Hey Vincent, was ist dein Plan nach dem Spiel? Ich weiß nicht. Ich habe es nicht wirklich gedacht. Du hast es nicht gedacht? Das muss der erste für dich, Herr Überthinker. Da gibt es eine Unterschied zwischen Überthinken und einem smarten zu sein, Leo. Hast du das Gefühl, dass ich nicht smart bin? Deine Worte, nicht meine. Hey, ich könnte nicht smart sein in deinem Buch, aber ich habe das gemacht. Ich kann nicht mit dem argumentieren. Ja, macht nichts, Ghost. Ich musste heute die Umsetzung einer Betriebsvereinbarung planen. Oh, ich mache mal eben die Webcam wieder an. Die Umsetzung einer Betriebsvereinbarung planen, die vor über einem Jahr sozusagen gestartet ist. Ich weiß, was du meinst. So, wen nehmen wir denn? Wer möchtest du sein? Will du zuerst aus. Dann nehme ich den mit den besseren Koteletten. Wie kann man das denn da rüberschieben? So, ah, mit W-A-S-D. Leo, da bin ich Leo Caruso. Also, Straftaten, bewaffneter Raubüberfall, Körperverletzung, schwerer Diebstahl, Strafmaß, acht Jahre Haft, davon sechs Monate verbüßt. Solle soll es sein, Alter 36. Ja gut, das Video ist von mir vom letzten Jahr, ne? Persönlichkeit, selbstbewusst, aufbrausend, sarkastisch. Ich habe den richtigen ausgewählt, merke ich. Vorgeschichte. Leo wuchs in einem Waisenhaus auf und schlug schon früh eine kriminelle Laufbahn ein. Als er einen berühmten Diamanten stehlen wollte, lief alles fürchterlich schief. Jetzt muss er aus dem Gefängnis entkommen und die Dinge für seinen Sohn, seine Frau und sich selbst gerade biegen. So, dann müsstest du einmal nach links klicken. Genau, was steht bei dir? Vincent, achso, okay. Vincent, möchtest du vorlesen? Ne, lest du vor. Ist ja dein Charakter. Vincent Moretti, Alter 43, meine Güte. Straftaten, Betrug, Unterschlagung, Mord. Strafmaß, 14 Jahre Haft. Persönlichkeit, rational, diszipliniert und zurückhaltend. Vorgeschichte. Nach Abschluss seines Finanzstudiums und der Heirat mit seiner Highschool-Liebe trat Vincent einen Job im Bankensektor an. Sein Leben geriet aus den Fugen, als er durch die Aussicht auf schnelles Geld in die Welt des organisierten Verbrechens hineingezogen wurde. Was? Zeig das mal deinem Chef, die Charakterbeschreibung, weiß Bescheid. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir zurück. Charakterauswahl verlassen, möchtest du? Nein, möchte ich nicht. Bereit. Wo kann man denn bereit drücken? Ach da, E. Ich habe E gedrückt. Ich auch. Aber du hast recht, man braucht mehr Monitore. Ja, also ich meine, ich habe ja schon mein Tablet als zweiten Monitor ja umfunktioniert. Das musst du so oft sagen, dass du so stolz darauf bist, ne? Ja, man kann das auch ganz einfach. Ja, und ich brauche ja noch einen zusätzlichen Monitor für meine normale Arbeit, ne? Ja. Ja, und... Vor allem, du willst ja auch vernünftig gucken und nicht immer so mit der Nase am Tablet, ne? Prison Area. Das Problem ist, ich sehe jetzt halt eben gar nichts. Richtig. Dafür habe ich jetzt mein Handy hier stehen. Guck mal, ist das kein einladendes Gemäuer? Voll der Knacki. Hundesöhne, Hundesöhne, alle macht den Knackis. Aber jetzt muss ich ja schon sagen, ne? Vor allem hier saß du auch nicht noch nicht mehr so aus wie in der Augen. Da hattest du auch schon mehr Grau. Das liegt an diesem beschaulichen Eheleben. Bitte was? Mach dir nicht die Mühe aufzustehen, ich habe die Tür abgeschlossen. Ja, ich werde alt. Hey, was ist denn jetzt los hier? Ah, ich bin der Rechte. Okay. Cool, man braucht noch nicht mal, äh... Ich brauche das nachher sogar nicht mal zusammenschneiden. Ne. Konnte ich ja eigentlich gleich... Weil es wird ja... Weil es wird ja... Das Spiel wird ja eigentlich auch, äh, auf dem Splitscreen gespielt. Ja. Aber gar nicht mal so schlecht so. Ihr Maden rein da. Hey, ich möchte da in dieses Räumchen mal. Auf Shift-Left kannst du rennen, ne? Wenn du das möchtest. Ja, das kann ich auch nicht. Ach so. Hey, are you okay? What do you want? Shit, dude. That fight out there? It was brutal. I could hear bones crack. Prison-Life, man. I guess you're right, but... We fight in here every damn day. I fuck them. It's way too crazy in this joint. Got that? Yeah, I'm sure. Good luck. Na, gewöhn dich dran, oder du bist hier nicht im Urlaub? Ja, du bist hier nicht im Urlaub. I'm not on a vacation. This is a fucking prison. Look, dude. I don't want any trouble. Just leave me alone. Relax. I'm just trying to toughen you up. Oh, man. I'm not the tough tight. Hörst du eigentlich auf, beides? Ja. Okay. Du hörst nicht. Doch, doch, ich hör alles. Nee, äh, Tom. Wie, du hörst gar nichts. Was hörst du nicht? Also, man hört hier im Prinzip beides, ne? Also, ach so. Warte mal. Wo ist der Timeout? Nirgendwo, Schatzi. Lass uns weiterspielen. www.abmahnung24.de Meine auch. Wo ist der Timeout? Meine auch. Also, du hast gebetet und holst das auch. Ja, zweit. Für Frühstück. Für das Stück. Natürlich nicht. Wer will du mich für nehmen? Yeah. Ab in den Knast. Komm, lass mich vorbei hier. Oh, ich werde gerade ein bisschen abgetatschelt. Wer ist bei dir im Zimmer? Nein. Wieso Zimmer? Zelle. Kerker. Hey, Guard. Das ist alles, was ich brauche. Move along. Sure, take all the time you need. Fuck this. Komm hier, now. Los, komm her. Wä, wä, wä. Ja. Der Typ soll hier aufschließen. Ich seh dich. Du bist da unten. Ja, grüß dich. Hallo. Oh, da unten bist du. Boah, der schubst mich weg. Was hast du denn gemacht? Bist du wohl falsch abgebogen, hä? Krieg ich jetzt einen neuen Zimmer, Genoss? Oh, ich werde verhauen. Fick dich und ihn. Oh, was ist denn das hier? Wie dann eh. Ghost, hast du schon gesehen, dass du jetzt ein Sub bist? Oh ja. Der Ghost hat einen Sub gekriegt. Bekommen. Bekommen. Ja. Oh je, man sieht mich nackig. Gott sei Dank, sehe ich so nicht aus. Stimmt, deine Schultern sind breiter. Hey. Oh. War das haarig. Voll der, voll der Busch. Voll der Yeti. Voll die Hecke. Was ist denn mit dir? Meditation, Mann. Was ist das? Es wird dich frei. Stimmt, der Ghost ist ein Subscriber. Oha, Twitch-Bun incoming. Warum? Wegen dem Schniedelwurz. Ach, Quatsch. Schnick-Schnack. Ja. Wann werden wir hier verraten? Wann werden wir hier verraten? Hey, Leo. So? Looks like you got yourself... Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. Man, move out! We don't have all day. Just keep your eyes open. Later. See you around. Was denn los, Tom? Was denn los mit dir heute, Tom? Hey, relax. Ich reiß ja gerade zu nach einem Timeout, hä? Hey, take it easy, man. What's wrong with you? Close up cell 48. Close in cell 48. Close in cell 48. Alles klar. Hab ich verstanden. So, ich bin hier schon mal in meiner Zelle und kann mich jetzt auf ein Locus setzen. Und ich bin immer noch nackig. Zieh dir doch mal was an, Mensch. Die Klamotten trag ich ja in der Hand. Ist auch suboptimal, ne? Zelle B? Bist du auch in Zelle B? Im Zellenblock B, meinst du? Ja. Ja, das kann durchaus sein. Hast du dich eigentlich im Vorfeld ein klein wenig über dieses Spiel informiert? Nein. Another week in this shit home. Come on, get up the stairs. Soll aber ein guter Koop sein. Ja, davon hab ich auch schon gehört. Nein, da darf ich nicht lang. Okay. Boah. Ist das ein hässlicher Mensch. Not your floor. Keep going, Buttcheeks. Nee, da darf ich auch nicht lang. Okay, da muss ich. Let's go. Get in yourself. Oh, ich frier auf. Get dressed. Umziehen. Anziehen heißt das. Oh. Close up 49. Took you long enough. Was? Jetzt ist alles gelöscht. Im Chat. Ja. Für 600 Sekunden. 600 Sekunden. Das sind 10 Minuten. Ja, ich kann nur, ich kann nur die 600 Sekunden machen. Hey, Leo. Was? Someone wants to talk to you. Kann er jetzt auch nicht mehr gucken? Ja? Ich hab ihn jetzt wieder freigeschaltet. Wann? Solano. So. Ha! Jetzt weiß mal wieder die ist. Cool. Interessante Punkte in der Nähe finden. Ah, rechte Maustaste, geil. Sehr schön. Ich glaube, er ist so dead. Oh je, ich werd' verhauen! Oh je, ich werd' verhauen! Let me go! Take a look at these biceps! It's time to play! Take a look at my boss! I can move them too! It's not about what I want. It's about what I want. Wer ist denn hab ich? He's on the outside! He might be on the outside. But he still pays me good, huh? Ja, ich werd' verhauen! Ja, ich komm' jetzt nach oben. Ich war mitten im Gespräch. Ich wollte eigentlich noch was ausprobieren. Ich hab' schon so ne dicke Nase da. Los, jetzt gib' ihm eine! Hast du dir wohl verdient, ne? Was? Die dicke Nase? Ich glaub' es hackt. An der Nase eines Mannes. Hey, hey! Hey, what the hell? What are you doing? Go, drag me! Kill her! Ha? Ah, jetzt bist du mit da drin. Come on, motherfucker! Ah, was muss ich machen? Linke Maustaste, zuschlagen! Yeah! Ja, du hast ja schon ein Tutorial dazu. Ne, hatte ich nicht. Zack! Sehr cool! Bin ich noch mal dran hier? Zack! Links, links und rechts! Und nimm diese hier! Und zack! Hey, grüß dich! Ah, das G ist zum Sprechen! Okay! Achso, wenn wir... Wenn wir nicht... Ja, genau! Wenn wir nicht bei Dings sprechen! Ja! Bei Discord! Genau! Richtig schön eine vor die Mütze! Ach, Spielverderber! Jetzt kommt die Ringleitung hier! Ach, Mensch! Boah! Darf ich jetzt ein paar... Übungen machen? Was willst du denn für Übungen machen? Ja, da unten! So ein paar Klimmzieher? Ja! Oder ein paar Stehstütze? Zum Beispiel! Auch nicht gerade sehr anspruchsvoll! Linke und rechte Maustaste, ne? Ja, ich konnte jetzt erstmal mit dem LMT und RMT so schnell nichts anfangen! Linke Maustaste! Ja, ja! Ist mir schon klar! Ich dachte so schnell! Darüber musste ich erst danach denken! Ich wusste es auch nicht! Ja, siehst du! Ah, jetzt gibt's hier... Was gibt's denn da auf dem Teller? Fraas! Nicht so was Leckeres, was ich mache! Was so aus der Kelle kommt, so! So geschredderte Matratzen! So, und jetzt? Guck mal, jetzt durfte ich gar keine Klimmzüge mehr machen! Nee! Komm, mach Platz da! Ich bin der Landwucht! Wie geht's mit ihr? Wie geht's mit ihr? Wie geht's mit ihr? Wie geht's mit ihr? Ist jemand da reden? Nein! Ich höre keinen! Ich auch nicht! Ich kann damit nicht zusammensitzen! Ich dachte, ich darf nicht nix- Mach doch nix. Ja, aber ich glaube, solange wir uns da nicht komplett auf die Nase hauen, interessiert die das erstmal nicht. Komm, gib mir mal meine Schüssel Gras. Was denkst du, was das ist? Ein Restaurant? Du kannst es schmerzen. Hey, du, hör den Telefon! Der ist schon wieder weg. Komm, 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 komm! Komm, komm, komm! Woah! Au! Oh je. Der will Spaghetti schneiden. Ich will dich töten! Äh, S, S, S? Komm, komm, komm! Lass mich dich schmerzen! Komm, komm, komm! Wo gehst du? Ah, fuck you, man! I'll cut you! You can run, but you can't hide me! Komm, komm! Komm, komm! Brauch ich dem ne Pfanne vorm Kopf! Komm, komm, komm! Fuck you, man! I'll cut you! Where are you going? Ah, now I've got your corner! Komm! Slice him up! You can run, but you can't hide me! Komm closer! Let me carve you up! Und wo sind die Wachen? Keine Ahnung. Spielen Poker. Ah, da kommen sie doch schon. Der meint nicht die, der meint die, die! Komm, komm, was willst du? Wer willst du erst sterben? Du? Ja, komm, komm, sterben! Ah! Komm, erst! Ah! 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 Oh je. Was ist das nur für ein schrecklicher Ort? Das ist eine Erziehungsanstalt. Für schwer Erziehbare. Ah, da gehörst du ja dann wirklich rein. Ja. Ich hasse diese Dinge. Hast du nicht die schlechte Dinge, die hier zu beschäftigen? Oh, die Schwester hat aber einen zärtlichen Einstich. Ah! Ah! Anscheinend ja nicht. Stimmt. Alles klar. Just lay down and rest for a while. Ja, ja, ja. Thanks. Hey! 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 Ich bin Leo. Hey, was denn? Vincent. Hey, Vinnie! Listen, thanks. Alter, Spaghetti-Koch. Ich meine es. Ich meine es, Mann. Was ist dein Bieter? Was ist dein Bieter? Was ist dein Bieter? Was ist dein Bieter? Aber keine Angst. Aber keine Angst. Er ist aus dem Bieter. Er ist aus dem Bieter. Kann ich mich ein favor? Wie? Es ist etwas ich brauche. Was ist das genau? Was ist das? Nein, Mann. Es ist einfach. Ich einfach muss mich auf meine Seite, bevor ich es kriege. Das ist alles. Alter? Was? Komm, ich habe dir ja schon zweimal den Arsch gerettet. Ich weiß ja, wie es geht. Natürlich kann ich nicht. Wir werden beide in der Halle enden. Ich habe keine Wahl. Okay, okay. Ich werde dir helfen. Warum? Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Ja. Oh, jetzt muss ich auf mich verlassen. Was? Ach du, Alter. Das wird was werden, ey. Uiuiuiuiuiui. Wie soll ich denn da vorbeikommen? Wo ist denn das Werkzeug? Warte, ich rufe jetzt erstmal die Schwester. Ja, lass mich jetzt mal verstecken. Ja, ich verstecke mich. Soll ich ihr jetzt ein paar auf die Nase hauen? Nein. Die hat mich vorhin gepiekt. Ich bin doch kein Nadelkissen. Und raus dann. Was kann ich für dich tun? Interesting. Do you know when I'm getting out of here? Ich brauche das. I need to wait for that clock. Is that why you called me over? Nein. Ja, sorry. But I'm a bit bored here, you know? I... I don't know. It's not up to me, but I'm sure it won't be too long. Okay. Thank you. Look in. Sorry. I'm just getting restless here. That's understandable. So, äh... How did you end up working in a prison? I've lived here by my whole life, so it just kind of made sense. So, jetzt sieht er mich doch gleich hier. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Genau, Vincent. Winnie. Ja, look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. I'm fine. It's hot. Look what you made me do. Was decken? Sehr gut. Werkzeug stillen. You can't stay. Uiuiui. Did you call me? Gonna need soap. Better head to the bathroom. Anything else? Yeah. I've got this terrible pain. I need something for it. What type of pain? Yeah, I've got this throbbing headache. I mean, it's just... I'm seeing flashes here. Is there something you can give me for it? Und ihr hattet nicht gesehen, dass ich aus dem Bett raus war? Sauerei. Hab's dir auch abgelenkt. Schlamperei hier. Ich hab mit meinem Schwengel gewackelt. Hahaha. Hey, guck mal. Ich hab hier voll den... Voll das Stemmeisen. Hey, was willst du? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Sehr gut. Ja, ohne Hose wär's ein bisschen kalt. Oder ich lass sie das zumindest... Kleider und Röcke trage ich auch wenn dann nur im Sommer. Und auch nur wenn's sehr warm ist. In der Beziehung die Hosen dann. Ja, ich lass sie das glauben. Ja, ja. So, was ist dein Plan? Ich lasse dir das glauben, dass du es glaubst. Sehr gut. Ich weiß nicht, was du sagst. Inception. Mhm. Ich inzepziere dich auch gleich. Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey. What? Ich bin sicher, du hast gute Reasons, um hier rauszuk. Aber ich muss hier rauszuk. Ja? Ja? Nicht mein Problem. Ich versuche meine Hilfe hier. Ja, du wißt du was? Ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich selbst. Ja? Wie du in der Infirmary gemacht hast da? Du versuchst dir lustig? Nein, ich bin nicht. Hör, ich bin ziemlich in auf das. Ich versuche, dass du wirklich verstehst. Ich versuche meine Hilfe. Wie ich gesagt habe, ich kann mich selbst behandeln. Was über Harvey dann? Also ein bisschen sehe ich aus wie Wolverine, ne? Was über Harvey? Wer war so in deinem Traum? Der da? 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 Darf ich dir ein paar auf die Nase hauen? So ein bisschen auf der Unterlippe rumboxen? Ich trau dir gleich auf der Unterlippe. Während du schläfst. Ja, das weiß ich. Hä? Nachricht hervorgehoben. Aha. Da hat einer Kanatpunkte ausgegeben, ne? Ja, Tom, hast du das mitbekommen? Also gestern wurde dann darüber gesprochen, welches Horrorspiel denn Flo spielen darf. Ja. Und ich war leider nur einer. Aber er war doch dabei. Er war dabei. Er war dabei. Ach Gott. Warum? Ich mein, Until Dawn ist schon ein cooles Spiel. Ja? Aber... Tom hat ja kein Veto eingelegt. Ach, Mensch. Ja. Das ist mein Plan. Und ich entscheide, was unterliegt. Hast du das? Ja. Alles, was du sagst. Ich meine es, Mann. Wenn du das aufhörst, werde ich dich selbst töten. Ja, ich verstehe. Also, was ist dein Plan? Du wirst schnell wissen. Ja. So. Runde schlafen. Jetzt geht erst mal richtig. A way out. Das war alles Tutorial. Halbe Stunde. Spielzeit 90 Stunden. Aber wie so schlecht sind wir beide? Was bist du? Natürlich habe ich. Du hast eine Idee. Ich gebe dir das. Ich habe dich raus, nicht? Was bedeutet, dass du mich raus 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 raus? Wir raus raus zusammen. Ja, ja, sicher. Aber wenn es nicht für mich, du immer noch bist da. Ne, ich habe dir gebraucht. Du zweit. Ich habe dich gebraucht. Aber ich gebe dir das. Du hast gebraucht. Ein bisschen. Ja, aber 120 Stunden kann schon sein. 120 Stunden kann schon sein, Tom. Aber nur deswegen, weil wir dir alles erklären müssen.